So, da sind wir wieder bei 13. Yo, weiter geht's. Hallo. Boah, ich bin gerade wieder richtig in meinem Element. Ich merke das schon. Ja, ich schreie auch immer Granate, wenn ich gerade eine Granate werfen will. Weil das ja auch gar nicht verdächtig ist oder irgendwie warnt. Gehen wir mal hier lang. Oh, ist der eine eigentlich. Wey, guten Tag. Schon wieder ein Medipack. Ja, jetzt brauchen wir die Sicherung. Wie witzig. Geil, falsch. Die Sicherungskarte haben wir gerade gekriegt von dem einen Kerl. So. Ich weiß zum Glück schon, wo diese Sicherung ist. Auch wenn ich damals, wo ich das erste Mal gespielt habe, richtig lange dafür brauchte. Also, wollen wir mal hier und... Zack, da ist er. Jetzt die Karte, die wir gerade bekommen haben. Sicherung. Für zwischendurch die Rückle... Äh, entschuldige ich mich. Da... Irgendwie Fraps bei diesem Spiel meint, ist nicht. Lass uns hier verschwinden. Hast du das gehört? Ja. Gib mir weg, don't. Boah, der hat gerade schon wieder meinen Sohn gesagt, ne? Ja. Da vorne kommen sie. Ja, genau. Jetzt darf ich den ganzen Scheiß nochmal neu machen. Och, Kinders, was soll denn das? Dann. Ja, jetzt darf ich den ganzen Scheiß nochmal neu machen. Lass uns die Sicherung suchen. Boah, ich könnte dich für meinen Sohn schon wieder töten. Befreie uns von diesen Komikern. Ich briefe Jones. Ja, du briefest. Hey, hat jemand den Schlüssel zum Lagerraum gesehen? Was zum... Ich brauche noch eins. Jetzt gibt's das hier, ist gut. So. Wieder um alles gekümmert. Komm, hauen wir ein großes Minipack rein. Das reicht auch. Hier töten wir jetzt drei oder zwei Kaspar Köppe. Das war Alter. Waren doch nur zwei. Tja. Den dritten holen wir uns jetzt hier hinten wieder. Kann ich euch nochmal zeigen, wo ich die Sicherheitskarte herab. Und zwar von diesem Kerl. Da wird's uns auch angezeigt. Hier ist schon wieder ein Medikit. Und hier die Sicherheitskarte. Yo, ich weiß, dass ich hier für eine Sicherung brauche. So. Raus. Den Laster zerstören wir jetzt auch nochmal, weil's so schön war. So. Ich weiß, das Speichern bringt nicht viel, aber ich speichere immer eigentlich. Per. Schon wieder ein Medikit. Ey, wie viele Medikits hier versteckt sind. Medipack, Entschuldigung. Äh, ich speichere zwar immer, aber ich weiß, dass das nichts bringt. Irgendwie mach ich's ausgewohnt. Alles klar. Jones wartet unten auf uns. Lass uns hier verschwinden. Hast du das gehört? Ja, da vorne kommen sie jetzt. Ich warte lieber hier bei dem Kerl. Nichts auf den Kopf. Lass den Kerl am Leben. Ich glaub, das war's. Jo. So. Hätten wir das auch erledigt? Setze die Sicherung ein und starte diesen alten Schrotthaufen. Mach ich. Dann lasst du hier verschwinden. So. Wo war dat? Hier, ne? Jo. Wer hat das wieder zugemacht? Da isser. Und reinsetzen. Das war jetzt auch so schwer. Und jetzt ist der Kerl hier, ne? Ne. Geht's jetzt hier hoch, ne? Jo. Hier oben. Da bin ich auch nie drauf gekommen. Da. Komm. Das sind ja auch gleich wieder irgendwo Leute. Die uns unslay da wollen. So. Hier, Herr Jocke. Ich habe ein Geschenk für dich. Way, Geschenke. Pass auf. Geht das nicht. Ja. Da sind wir. So, hätten wir das auch geschafft. Wieder ein Medikit. Komm. So. Und wo ist er? Da. Nimm. Sie werden uns nicht einfach entkommen lassen. Way, neues Scharfschützengewehr. Ah, das wird super. Geschafft. So. Der Gedächtnisschwund ist sehr hinderlich, mein Sohn. Wir hätten die Mistkerle beinahe gekriegt. Als du verschwunden bist, warst du kurz davor, die Identität von Nummer 1 aufzudecken. Aber davon weißt du natürlich nichts mehr. Hör zu, es gibt 20 von ihnen. 20 Verschwörer, die sich hinter Nummer verwerben. Captain Steve Rowland gehörte dazu, die berühmte Nummer 13. Er hat den Präsidenten getötet. Aber seine Kameraden haben ihn verraten, ob Mongoose beauftragt, ihn zu eliminieren. Jetzt ist er tot. Aber wer bin ich dann? Das ist die Frage. Ja, wie ihr gehört habt, Mongoose hat den guten Steve Rowland ermordet. Ja, und wer sind wir? Das wissen wir nicht. Und wir haben den wichtigen Punkt erfahren, dass es 20 Verschwörer gibt. Aber dazu auch später mehr. Und Steve Rowland war Nummer 13. So der Titel des Spiels. Hehe. Äh, ja. So, weiter geht's. Ach, jetzt kommt das hier wieder. Ach, das wird lustig. Yo. Da vorne heißt das, einfach nur die Leute ausschalten. So. So, jetzt geht die Kabine runter. Ja. Und wie durch ein Wunder haben wir es noch geschafft. So, 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 so. Ja, ich komm ja schon. Hier lang. Hier entlang, Mendo. In Deckung. Ich bin immer noch nicht dein Sohn. Da gehen wir auf. Hallo. Wir ziehen uns zurück. In Deckung. Vorsicht. Da sind sie wieder. Ah ja, nach Zulekundenathlet. Das ist echt geil, finde ich, diese Teile des Spiels. Die ganze Atmosphäre hier gerade. Fuck. Gut gemacht. Gern geschehen. Wo bist du? Ah, da. Alles okay? Ist die Luft rein? Jo. Ja, los geht's. Komm. Der Hubschrauber ist hinter dem Hügel. Wir schaffen es. Müssen wir ja. Hallo. Auf zwei Minuten. Verdammte Aasgeier. Ja, das stimmt. Hallo? Hey, lass mich nicht fallen, Junge. Ja, wo bist du denn? Alter, wie lahmarschig bist du denn? Vorsicht. Noch eine Racheke. Direkt von vorn. Fuck. So. Vorne ist noch einer. So. So. Auch alle Licht. Ja, Junge, ich bin schon längst fertig und du... Boah. Naja. Immerhin hat er nur 3% Leben verloren und wir sind eigentlich auch noch ganz gut beisammen. Was auf, hinter mir. So, der wäre weg. Ette auch. Oh ja, jetzt dürfen wir mit dem MG schießen, ich freu' mich. Hallo. Na, alles fit? Junge, ich bin schon viel weiter wieder als du. Ach, was für eine Versuchung, die beiden jetzt zu... Naja, egal. Nein, wir wissen nicht, wer wir sind. Hm, kommen wir gut mit hier hinten. Mit nach hier hinten kommen wir gut mit dem... Ah, wir kommen hier sehr gut nach hinten mit dem MG. Naja. Oh nein, es geht wieder los. Wir müssen landen. Das war ziemlich unterhaltsam, General. Aber wird es nicht Zeit, mir zu sagen, wie ich bin? General? Hallo, General! Empfangen Sie mich? Man hat mich entkannt. Mangus ist mit meinen Männern unterwegs. Hören Sie? Ich höre Sie. Bleiben Sie im Haus. Wir holen Sie da raus. In was für ein Schlamassel wird sie uns wohl diesmal reinziehen? Okay, kurz 270. Der Kilani-See liegt nur ein paar Meilen von dir. Falscher Alarm! Das war das falsche Haus! Wir können das Ziel nicht lokalisieren! Los, weiter! Mangus ist auf dem Weg! Oh ja, jetzt dürfen wir nach einer Frau suchen. Zu der Frau werden wir noch später mehr erfahren. Finden Sie das, Charlotte. Charlotte, so. Jetzt müssen wir speichern. Cable Car. So. Geil, wir haben neue Waffen. Meine Lieblingsknarre ist wieder mit der Frau von der Partie. Na, wir haben unsere ganzen Medikids nicht mehr bei uns. Welch eine Verschwendung. Verstehe ich nicht. Laut Karte müsste sich das Haus direkt ausziehen. So, alle drei weg. Oh, vier sind's. Naja, macht den Kohl auch nicht fit. Nee, das führt uns im Kreis. Das weiß ich noch. Boah, hier kann man sich voll geil verlaufen. Aber normalerweise gibt's einen linearen Weg. Und den findet man schon mit der Zeit. So. Nee, hier läuft man im Kreis. Shit. Naja, Fails passieren immer. Leider nicht so viel Musik hier, aber... Also so im Hintergrund, so ein bisschen rhythmische Hintergrundmusik. Das wäre jetzt genau perfekt, aber... Man kann halt nicht alles haben. Wir haben nur zwölf Schuss, das macht mir Angst. So, hier ist jetzt aber richtig. Wie sieht unser Ziel aus? Wir haben nicht einmal ein Foto. Bleib locker. Wenn du einer Frau begegnest, die bei deinem Anblick nervös wird, greifst du zu. Na, ha! Ich finde das Mädchen vor ihm! Das war wieder Mongoose, unser alter... ...Freund her. Wir können leider nicht auf ihn schießen. Aber das müssen wir auch gar nicht. Den kriegen wir noch irgendwann. Sowieso zu fassen. So, und jetzt haben wir auch wieder ein Dokument. ...gefunden. Hallo, spring doch! So. Soweit ich weiß, müssen wir jetzt hier lang. Oh, ich merke gerade wieder, wir haben wieder 14.30. Ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!